So, hallo und willkommen liebe Kinder, ja, ich lebe noch, wie ihr seht, die ganzen Viecher leben hier auch noch, wie man sieht, oh ja, und ich muss euch etwas sagen, ich werde das Minecraft LP beenden. Tut mir leid, falls ihr dafür noch viel mehr sehen wolltet von mir, aber, ach, ja, super, super. Passt ja perfekt, okay, dann locke ich die alle mal hoch. Ich bin jetzt auch gar nicht sauer, dass die jetzt alles in die Luft jagen, weil ich hab's in sowieso vor, ach so, dann kann man ja gleich nochmal, yes, so, weil ich hab jetzt vor, meine LP ist auch wieder weiterzumachen, nach ein paar Monaten, die ich hier nicht mehr weitergemacht habe. Na, was ist da unten? Noch ein Kripo? Ja, hallo, hallo, Kripo. Pff, ich fühl mich böse. Glitchi, Glitchi, du bewegst dich nicht weiter. Sehr interessant, dass Treppenstufen dadurch nicht kaputt zu gehen scheinen. Naja, also, was ich mit diesem Part machen will, ich habe wieder mal nicht auf die Uhr geschaut, ist auch eigentlich scheißegal, mal, weil dieser Part wird relativ kurz werden. Ich werde hier eben mal alles zur Hölle jagen, äh, wie auch immer ich das tun soll, machen werde. Ha, mit Flint and Steel, mit Flint and Steel. Yes. So, gut. Weil, blöb. Wenn ihr unbedingt ein Minecraft LP schauen wollt, dann tut das bitte bei wem anders. Oh, das hört sich gerade böse an. Weil, ich will jetzt mich erstmal auf andere Projekte konzentrieren. Was, ist da ein Grafikfehler, oder? Es ist grau. Ist das einfach graue Erde, oder? Das sieht mir ziemlich nach dem Grafikfehler aus, oder? Hm. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal, weil die Spieler spielen jetzt nur noch alleine, solo. Und von daher kann es mir jetzt ziemlich, Aua, Wumpe sein. Was hier jetzt noch weiter passiert. Hauptsache, ich kann das jetzt noch eben abbauen, damit dann nichts mehr übrig bleibt. So. Wir brennen, das Haus brennt. Nein. Au, 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 au. Oh, jetzt brenne ich sogar selber. Das ist nicht Sinn der Sache. So. Ich jag hier erstmal alles noch schnell zum Teufel. Ja. Am besten mich selbst auch. Wie lang das dauert, das ist unglaublich. So. Wie sieht mein weiterer Plan aus? Ja. Ich muss Dead Space noch weiter aufnehmen. Ich muss Dead Space noch weiter spielen. Weil, wie ihr... Hm. Habe ich hier gar nicht weiter gemacht. Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, habe ich da jetzt seit einiger Zeit nichts mehr dran gemacht. So. Dann fluchen wir hier erstmal diesen Bereich hier. Ja, komm, komm. So. Don. Oh, dieses Geräusch hier. Pluck. Alles klar. Ihr brennt einfach mal weiter vor euch hin. Oh, oh, oh. Ich will schön die Türe schließen. Man will ja nicht, dass irgendjemand reinkommt. Ha. So. Das heißt, ich werde... Ich muss mir noch überlegen, ob ich meine Minecraft-Parts ganz lösche. Oder ob ich die einfach drauf lasse auf meinen Channel. Aber dann geht es erstmal wieder weiter. Wie gesagt, mit Dead Space 2. Es geht weiter mit der Vindictus Beta, die eigentlich schon seit Monaten gelaufen ist. Es geht weiter mit Oktopoden im Sinne von Need for Speed Underground. Das geht ja auch noch weiter. Ich glaube, ich habe hier irgendwie einen Grafikfehler oder muss das so sein? Das sieht sehr komisch aus. Naja. Und dann... Was? Okay. Dann geht das auf jeden Fall alles mal weiter. Ein Stückchen mehr, ein Stückchen weiter. Immer heiter. Ja. Das hier kaputt zu machen, bringt es ein wenig wirklich weiter. Nein, bringt es nicht. Ich will doch nur mein Haus, meine Welt in die Luft jagen. Was dummes ist, ich habe jetzt noch gar kein TNT. Und ich weiß, ehrlich gesagt, also ich spiele Minecraft nicht so viel. Von daher weiß ich auch gar nicht, was ich für TNT brauche. Und es ist nutzlos, wenn ihr dir jetzt meint, das in die Kommentare reinschreiben zu müssen. Weil ich habe Gunpowder. Plack. Und ja. Ist alles eh für das. So, man wacht hier auf. Für die ganzen Dämonen, die hier noch rein wollen. Waren die nicht mal Creeper hier unten? Oder ne, da habe ich auch nicht so weit gemacht. Ach, hey. Hm, naja, ist ja nicht so schlimm, dass ich dann alles hier vor die Hunde schmeiße. Hier sind immer auch so Grafikglitches. Was ist denn los? Hallo. Hallo. Ja, was war denn hier? Wasser. Hm, ja. Hm, ich werde mal kurz schauen, ob ich selber allein auf die Idee komme, mit Gunpowder irgendwas zu machen. Hm. Hm, 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 hm. Nein, natürlich nicht. Weg damit. Hm. Hm. Ja, da vielleicht so etwas angebracht. Aber mit was denn? Mit was denn? Mit Stahl. Nicht. Nicht. Vielleicht andersrum? Tup, tup. Und tup. Das in der Mitte? Nein. Ach, ist doch eh scheiße. Ja, das. Nein. Auch gut. Diese Welt wird zum Teufel gejagt werden. Zum Teufel. Zum Teufel. Teufel. Alter, diese Geräusche. Was? Ach, kacke. Hm. Flint and Steel. Hab ich noch. Wie war denn die Anordnung? Ich bin ein Held. Ich bin so ein Held. Oh ja, jetzt muss ich eigentlich warten, bis alles niedergebrannt ist. Ach, das war ja echt genial. Oh, ist doch schön. So. Um ein kleines Heim da hinten muss ich mich hier nicht wirklich kümmern. Diese kleine Plantage da ist auch nicht der Rede wert. Hm. Da hinten hat es aufgehört zu brennen. Da hinten ist ein Wasser reingelaufen. Nehm ich mal an. Und hier hat es aufgehört mit dem Brennen. Ne? Hier so ein Plattformer. Yes! Hat nicht funktioniert. Oh, wie schade. Bock zu kämpfen? Weh, 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 weh. Weh, ich bin doch, dass er sich überhaupt nicht wehren kann. Was? Au, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Was hab ich denn da? Warum hat das Pling gemacht? Oh, ich hab keine Ahnung. Naja, aber wie ihr jetzt sehen werdet, ist das mein letzter Part von Minecraft. Oh, wie schlimm. Oh, wie schade. Wenn ihr irgendein Minecraft LP schauen wollt, es gibt hunderte, es gibt tausende Leute. Und ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass ich nicht mit so einem Elan an dieses LP rangehe. Wie an manch anderer Spiele. Und, naja, Minecraft spiele ich halt so, wie ich dann spielen will. Alleine, einsam, forever alone. Und so wird es dann auch bleiben. So, ich bring mich hier jetzt um. Weil viel mehr kann ich hier jetzt auch nicht machen. Aber mal schauen, wie weit ich noch komme. Das hört sich auf Stein an. Das ist ja lustig. Okay, das hätte ich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Habe ich noch Kohle? Kohle, Kohle, Kohle? Nein, habe ich nicht. Es gibt Kronk als LPR. Ich habe keine Ahnung, wen es sonst noch als Minecraft LPR gibt. Aber es gibt viel zu viele. Es gibt genügend. Und ich bin tot. Rein Respawn macht nicht unbedingt Sinn. Ich habe eine Score von drei. Ich weiß nicht, was das alles mit der Score zu tun hat. Gut Morgen, was auch immer das jetzt war. Und, wie gesagt, ich werde das jetzt hier auch beenden. Bla, bla, bla. Pie, pa, po. Eins hat es aber wieder etwas Gutes, dass ich jetzt das Minecraft LP auch beende. Dadurch, dass ich meine Let's Plays weitermachen werde, aber nicht das Minecraft LP, bedeutet zugleich auch, dass ich anstatt des Minecraft LPs nun Platz habe für ein weiteres Projekt. So, ich werde mich jetzt aber erstmal dran begeben, die ganzen Vindictus-Videomaterialien noch hochzuladen und mal schauen, ob euch das gefallen wird oder nicht. Mir hat es im Endeffekt nicht gefallen. Obwohl das jetzt schon monatelang zurückliebt, weiß ich das noch. Aber naja, ich werde mal schauen, was ich da machen kann. Und dann heißt es Sayonara. Sayonara, ich kann nicht mehr reden. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wann das nächste Video hochkommt. Und ich hoffe mal noch am gleichen Tag heute. Ich nehme mal an Vindictus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Damit ihr seht, dass diese Welt auch wirklich zum Teufel gejagt wird. Delete. Are you sure you want to delete this world? Second life will be lost forever. A long time. A long time is forever. And forever is a long time. Es ist wirklich eine lange Zeit. Auf und immer wiedersehen. Auf und immer wiedersehen. Minecraft LP. Mal gucken. Ja. Möp, möp, bin sauer. Und das alles. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und schaut jetzt mal bald in meine nächsten Projekte rein. Und in die Projekte, die noch gerade am Laufen sind. Die ich euch noch schuldig bin. Also bis dann.